Bist du aufgeregt? Ja, ein bisschen schon. Das Schwierige ist ja, das überhaupt schaffen zu können, bis Freitag diesen Karton unsichtbar zu öffnen. Also den Karton nicht zu öffnen, wollte ich sagen. Ich werde den natürlich jetzt verplomben. Mann. Ich weiß nicht, was ich mir da angetan habe. Ich bin der dritte. Ich hab ihn mit ihm zu öffnen. Ich hab ihn mit ihm ausgesinnt, mit ihm angetan. Wann? Wann? Ich bin das ja noch nicht? Merkst du dich? Wann? Meineiodelung. Wenn der Wann? Hallo, das ist jetzt aktuell das Leben ohne Mac Pro noch und gleich das Leben mit Pro. Und, was macht das mit dir? Ja noch nichts, weil ich ihn ja nicht auspacken kann. Das ist ja, also das ist eine harte Probe. Es ist möglicherweise die größte Probe, die ich je bestehen muss, schätze ich mal. Also, ich meine, die lange Wartezeit seit jetzt schon bis hierhin und dann noch bis Freitag. Das werden die härtesten Tage. Es wird hart werden. Und ich habe, wie gesagt, schon viele Auspackvideos gesehen und habe mir schon so Gedanken gemacht, wie man das unsichtbar hinkriegen könnte. Aber da wird es natürlich echt schwer bei der Telefonierung des Macs selbst. Das ist der heiß Ersehnte. Ja, das ist es. Dankeschön. So, wir sind wieder im Auto und haben den Mac dabei. Na und? Jo. Ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll. Ich... Ich echt... Also das ist wirklich... Das ist... Da fehlen mir die Worte. Das kann doch nicht sein, ey. Karton. Kannst du nicht aufmachen. bitter, 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 bitter.